Hallo und herzlich willkommen wieder hier zu unserem unboxing extremen live turnier heute heißt es mal wieder endlich ein ein duell seit drei tagen oder vier tagen schon ewig auf jeden fall kein turnierduell mehr gesehen und das eigentliche duell heißt ja warrior 27 1992 gegen its froggen aber das hat sich einem heute noch geändert da warrior mir eine nachricht geschrieben hat dass er heute nachtschicht hat oder schwertschicht und da arbeiten muss und deshalb keine zeit hat und zum glück hatten wir noch einen satzen da und zwar kann aus 34 und ja er springt heute ein also es wird jetzt fragen mit seinem elementen dragon stack gegen das chaos dragon stack von kann aus und auch beide sind heute in skype deshalb ist das alles umso angenehmer für uns jede menge drachen werden wir heute sehen ja dann bitte ich euch einfach einer von euch macht duel auf ich weiß jetzt nicht mach doch also froggen könntest du kurz aufmachen oder ich bin lieber nicht ich hab das noch nie gemacht ok dann mache ich auch ok passwort reinpacken oder dann können alle zugucken also kran aus ich mache einfach vertenzen und unraten ja genau wie auch die letzten mal schon das passwort kannst du uns ja einfach über skype mitteilen wird ja so ich habe kein passwort rein gemacht auch die leute im live stream aber das ist ja kommen wir nicht da rein okay hast du ihn gefunden du musst jetzt wie du musst um und mitnehmen bei user nehmen kannst einfach alle eingeben kamen aus oder wahrscheinlich schon bei kar für das anruf jok ab jetzt soll ich gleich annehmen genau nehmen gleich an dann geht es jetzt los ich will sich jetzt bis das richtige deck Ja, ansonsten hast du noch, ich denke, wenn man falsche Deck auswählt, hast du bestimmt noch die Möglichkeit, kurz raus und es ändern, weil das kenne ich, das ist ziemlich blöd. Das siehst du ja gleich, wenn du deine Hand ziehst. Ja, ist richtig. Okay, super. Ich bin noch gar nicht drin. Oh, du Vollidiot. Ist egal, du bist unwichtig. Ich bin der einzigste, der wichtig ist. Ja gut, ich fange dann an, ne? Ja, genau. Also dann an beide Teilnehmer jetzt noch viel Glück und viel Spaß und gebt ihr Bestes. Ah, ein Gold-Sircophagus. So fängt es immer am schönsten an. Ich mach mal kurz nochmal ein bisschen leiser den Sound von Dueling Network. Sonst beschweren sich nachher noch die Leute, dass man nichts hört. Genau, also zu dem Elemental Dragon Deck gibt es nur ein paar Sachen zu sagen. Das ist eines der aktuellsten Decks aus der neuesten Erweiterung. Und ja, es wird gerade relativ häufig gespielt. Viele sagen auch, sie warten nur drauf, dass es komplett gebannt wird oder einzelne Karten gebannt werden, dass man nicht mehr diese Kombis spielen kann. Haben doch schnell sehr starke Monster bekommen, wie man hier auch sehen kann. Und dann natürlich mit den Karten, die das Deck stützen mit dem großen Auge oder dem Draco-Sack. So wird das laufen. Das ist natürlich mächtige Karten. Okay, Froggen, kannst du noch ein bisschen nebenher erklären, was du so machst, weil sonst ist es ein bisschen verwirrt. Genau, weil ich glaube, einen Melton Dragon ist relativ kompliziert. Ja, also ich habe jetzt Stream und Wyvern abgeworfen, um T-Gall aus meinem Deck zu specialen. Dadurch aktiviert sich halt der Effekt von Wyvern, dass ich ein Licht- oder Finsternest-Typen da entfernen kann. Und ja, wenn Wyvern entfernt wird, kriege ich den halt auf die Hand. Und jetzt entferne ich die beiden Dachen aus meinem Friedhof. Also Stream und Wyvern. Um Tempest zu specialen. Sorry, ich bin ein bisschen heiser gerade. Macht nix. Kein Problem, man kann nicht trotzdem versträmen. Dann aktiviert halt sich der Effekt von Wyvern wieder und ich kriege ein Leiden-Darkness auf die Hand. Dann exeide ich zu Dracosec. Ist es okay? Da haben wir schon die stärkste Karte, die teuerste Karte sozusagen. Ja, die teuerste Karte, genau. Dann aktiviere ich sein Fact. Macht zwei Tokens. Welche Stufe haben die zwei? Wir haben also drei, aber das ist vielleicht keine Rolle. Und ja, ich bin Ende. Und hier haben wir auch schon die Macht demonstriert bekommen, die auch von diesen E-Dragons ausgeht. Allerdings kann Dracosec jetzt wieder zerstört werden, soweit ich weiß. Weil die Tokens ja weg sind. Problem ist, ich kann gar nix machen, weil der Light-in-Darkness-Dragon einfach das Feld kontrolliert. Echt? Okay. Und das ist auch kein Effekt, den man auswählen kann, der wird automatisch aktiviert, dass er alles zerstört, also die Spell- und Track-Cards. Der Monster-Effekt ist verdammt stark. Auf jeden Fall, dass es kaum durchkommt. Das dauert erstmal ne Weine. Das heißt, man bräuchte im Prinzip in einer Chain zwei Effekte, die von Light-in-Darkness-Dragon verhindert werden sollten. Und dann könnte man es theoretisch schaffen. Ich habe die für seine Fact, der wird negiert. Also verliert er jetzt 500 ATK, das ist jetzt noch auf 2300, was ihm ja fast hin und zu einem schlagbaren Gegner macht. Äh, ich glaube, ähm, Light-in-Darkness-Dragon hat den Effekt, der verhittert ist, oder? Ja, dann verliert er 500 ATK. Ja, richtig. Der 2300 ist trotzdem noch ziemlich schmerzhaft, wenn man dann in der Reihe wird. Also der hat jetzt aber nur 400 ATK, ne? Ja. Muss ich kurz gucken, kriegt er den Effekt von Trooper? Oder wird er auch negiert im Grave? Äh, also soweit ich weiß, ist es so, dass der, äh, Light-in-Darkness-Dragon, glaube ich, den Effekt verhindern muss, wenn er aktiviert wird. Ja, 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 dann ist er wieder negiert, dann kriegt er wieder eine Spielmark, das heißt nochmal. Genau, das heißt, man kann sich mit der Karte auch selber ins Bein schießen, sozusagen. Ja, aber die Schadensberechnung ist ja schon davor. Ja. Ja, genau. Das heißt, du verlierst jetzt, wie viel hat er, 2300, dann 1900. Mhm. Ähm, aber die Damage-Berechnung kommt vorher, deswegen verliere ich mehr, oder? Ja, ja. Ja. Ja, genau. Ja. Und dann noch die El-Trakusack. Okay, das ist ziemlich stark. Okay. Mhm. Hm. Ja, ja. Ah, nein, ich hab was vergessen, Scheiße. Ja, sorry, dass ich Dings gelassen habe. Ach. Der Goldzalko-Fark, oder was meinst du? Nee, egal. Der Goldzalko-Fark hat noch die Tokens beschworen können von Drakusack. Nee, nee, das wäre auch annulliert worden. Ich hätte nur noch eine Normalbeschwörung gehabt. Und, ja. Ja, ich kann mich auch verinnern an meinem grandiosen Duell, wo ich richtig geglänzt hab, sozusagen. Da hab ich auch, äh, zwei, drei Sachen vergessen, zum Beispiel, dass der Drache von Su, ich hätte doch von der Hand erst so gut anbieten können, das hab ich nur überlesen. Zum Beispiel. Okay. So was ist, so was ist ätzend. Aber, ähm. Jetzt sind wir schon wieder auf 1300 ATK auf. Ja, und Goldzalko-Fark wird jetzt annulliert, oder? Ja. Äh, nee, nee, wurde nicht. Die Aktivierung ist ja schon durch. Richtig stimmt, das war schon am Anfang. Okay, also krieg ich den jetzt auf die Hand. Ja. Ja. Okay. 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 Das war die erste Runde. Wir haben die Power des Elemental Dragon Decks gesehen. Allerdings, hab ich die leise Vermutung, dass, äh, Kana aus nicht unbedingt die beste Hand hatte, oder jedenfalls, dieser Light in Darkness Dragon auch ziemlich, äh, 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 äh. Okay, er hat eine ziemlich gute Hand gehabt, die er aber nicht, äh, benutzen konnte. Also, der zerstört sich nicht selber, und den muss man halt zerstören, dann geht das ganze Feld, und man darf den Drache aus dem Friedhof Spezialbeschwörn, wenn er geht. Hä, nee, also ich kenne es so, äh, dass er dann, also er negiert zwar schon, aber da er keine ATK verliert, gehen die Effekte trotzdem durch. Also, ich hab das mal auf Death Pro gesehen, also gespielt, und dann war da halt so, ähm, ja, das würde auch wirklich Sinn machen, dass der dann, äh, die Effekte nicht mehr negieren kann. Ja, aber das wurde halt dann immer so negiert angezeigt, aber wurde dann, also, dieses Ding selber wurde trotzdem durchgemacht. Okay, dann ist ja auch 500 verlieren, deswegen. Soll ich jetzt Rematch-Offer machen, oder? Ja, genau. Okay, dann haben wir halt kein Side-Deck, deswegen, ich würd gern Seiden. Achso. Achso, ja, okay, gut. Okay, was wollt ihr machen? Ich hab's nicht bequiet. Seiden. Ja, doch, wenn du Rematch-Offer machst, dann kommt doch jetzt das Side-Bildschirm. Hm. Ja, mach mal sonst den Geheim. Ich hab den Single genommen. Und jetzt kommt es zu den, auch gut. Ja, okay, passt. Aber egal, das macht ja nichts aus, weil du kannst trotzdem drei mal hintereinander spielen. Aber, äh, wenn du nicht, nicht. Oder? Die das nächstes Mal machen, also Rosten und einfach Match einstellen, weil sonst, äh, keine Ahnung, das ist das so. Am besten. Genau. Wow, was zur Hölle, man kann Heavy Storm für 26 Dollar kaufen, warum sollte man das tun? Fuck. Ja, wie funktioniert das mit den Seiten? Du kannst es jetzt. Du musst die Karten anklicken, dann leuchten sie grün in deinem Main-Deck an. Und dann blau in deinem Side-Deck und dann musst du unten links Swap-Cards machen. Dann tauschst du sie aus. Okay, gut. Ich bin fertig. Oder? Ja, warte, ich bin nicht kurz. Ich überlege noch. Äh, Blackwell, du musst dann das mit dem Chat regeln, weil ich kann jetzt halt nicht nebenher noch da reingucken. Ja, ja, ich warte nur noch auf den Link. Du musst es vorlesen. Wie gesagt, irgendwas im Watchers-Chat schon. Äh, ich weiß nicht, ich hab nicht reingeguckt bisher. Hallo, hallo, hi, hallo. Ich frage, wen seid ihr? Was? Freitag, wen seid ihr? Es ist scheie unfair. Fuhr immer gegen den E-Tragenspieler. Hallo, hi, hi Leute. Hm. Sehr gehobene Konversation, die wir hier mitverfolgen können. Okay, ähm, wie lange benötigt ihr denn noch für das Siding? Ja, ich bin fertig. Okay, dann, äh, frogen? Ja. Ähm, dann klick auf Done Siding. Das steht irgendwo rechts, links. Ja, genau, okay. Denkst du jetzt automatisch schon? Ja, ich darf an, auswählen, wer anfängt zu sehen. Okay, normal card trooper. Effekt. Aha. Oh, der Arme ist der Cluster. Aha. Ah. Okay. Ich habe jetzt irgendwie noch gar keinen einzigen Drachen gesehen auf dieser Seite. Aber du konntest auch nicht wirklich viel machen in der letzten Runde. Hm. Du hast doch vier Drachen auf der anderen Seite zu Genüge gesehen. Das sollte die auswählen. Ja, super. Ich habe hier vor allem ganz viele Drachen vor mir, weil ich gerade mein rieseliges Deck noch mal durchschaue. Und es immer noch schade finde, dass ich meine ganzen Watschwanz-Drachen verkauft habe, ohne dran zu decken. Hol dir doch welche bei TCG-Mark, die kosten 30 Cent pro Stück. Ja, ich weiß. Aber ich spiele doch mit dem Deck du selbst nicht. Okay. Wenn ich gegen dich spiele, kann ich auch Toggen-Främien ziehen. Also jetzt hast du den Effekt von Steam, äh, Stream aktiviert. Mhm. Ja. Und Liverning. Und dem Drachen-Pärscher, der Tröpfchen. Die Drachen laufen halt prinzipiell so ab, dass man einen kleinen und noch einen Drachen abwirft, um einen großen aus dem Deck zu holen. Und man kann zwei Drachen aus dem Friedhof banischen, um eben einen großen aus dem Friedhof oder aus der Hand zu beschwören. Wenn halt ein großer gebanished wird, darf er sich entweder einen kleinen oder einen großen noch auf die Hand nehmen. So läuft halt das Deck ab. Man geht dauernd ins Plus, hat nie Handkarten und sein Friedhof. Mit dem macht man einfach alles. Oh, Luca, du weißt, was das heißt. Wir senden einfach, äh, Necro Valley rein. Ja, aber, ähm, das ist halt, die Effekte werden ja auch vom Friedhof aus aktiviert. Und die Karten, also die Sachen, die, äh, die Karten, die Karten im Friedhof bewegen, die werden negiert, die Effekte. Aber von Karten, die im Friedhof sind und sich selber von dort bewegen, die werden leider nicht negiert. Deshalb ist das nur eine Semi-Lösung. Äh, oh. Okay. Ja. Jetzt gibt's eine Synchrosummen mit der Stufe von 8. Was erwartet uns jetzt? Großen Sorge. Ne, ach, ja, der genau, der kommt auch. Der kommt auch. Rims und Plater. Ja, genau, ich hab's. Okay, du kannst jetzt nichts für in Normalbeschule oder Spezialbeschule. Warte, in deiner Mainphase 1 wähle ich den noch. Okay. Toll. Ich zieh eine Karte, weil er zerstört wurde. Okay. Oh, okay. Okay. Oh. Mm-hmm. Dann aktiviert die da. und ich kriege Dings auf die Hand ok, das sind wieder schmerzhafte Warte, Job, Gott, ok, 2.08 und Angriff zu tauchen ok, jetzt sieht es gar nicht mehr so schlecht aus in Fahrzeugen könnte auch schon wieder X-Trodons riesige Verteidigung zerstört werden ok, gut ach komm ich kann mich nicht in dies beschalten Stream einloggen irgendwas nicht stimmt was kommt davon, wenn man sich nicht drauf vorbereitet, Sergeant Blackburn Point for Point Ok woher ist das, S-Trods ich habe das auf dem Tobi ok woho, jetzt gehts aber los um nun jetzt im Leben ich kriege gar nichts mit dann bleib mal hier oder Ja, oder eher doch Ja, ich führe trotzdem noch mal aus Das geschieht nur Ja, jetzt wurde er abgeworfen durch Lightning und durfte jetzt einen Drachen Spezialbeschirm, ja Ja, dann aktiviere ich Red-Eyes Ok Und dadurch aktiviere Dings war ein eigener Effekt Also, ich meine, von Dingser Von Tempest Und die Tempest auf die Hand Kann durch Red-Eyes Ja, egal, kann die Red-Eyes Ja, egal, kann die Red-Eyes dann jeden speziell beschweren Angriff? Fragezeichen Angriff, Ausrufezeichen Ok, das war Krass, das ging schnell Wow Hat ja kaum was sagen können So schnell ging das hier mit deinen Elemental Dragons Ok Dann, würde ich sagen Ist It's Frog qualifiziert für die nächste Runde mit seinem übermächtigen Deck Der Elementar-Elementar-Drachen Tut mir leid Elementar-Helden, yeah Und Und ich bin jetzt endlich auch im Stream Wow Dann beenden wir jetzt auch den Stream Nein Geil Dann auf jeden Fall, Carlos, vielen Dank, dass du mitgemacht hast Du hast natürlich dein Bestes gegeben, aber gegen so ein übermächtiges Deck Kann man schwer ankommen Den Arsch hinhalten sozusagen Spaß Ja, das war jetzt auch alles ein bisschen kurzfristig Aber Ich hoffe, es hat euch trotzdem allen gefallen Und Euch beiden hat es auch Spaß gemacht, hier teilzunehmen Ja, ich wollte auch nochmal Danke sagen, dass ihr so ein cooles Turnier macht Weil Vorher habe ich das auch noch nie gesehen und so Und ja Ja, natürlich Wir wollten auch mal was spezielles machen Weil wir haben jetzt Vor kurzem erst die 5000 Abonnenten erreicht Und jetzt schon wieder 500 mehr Das ist voll krass Auf jeden Fall wollten wir uns Ja Voll heftig Und wollten wir uns dann auch mal hier ein bisschen revanchieren Dass ihr uns so Ja Was weiß ich Oft anguckt Und uns unterstützt Und Deshalb Kein Problem Und gern geschehen Dann Möchte ich nochmal kurz ansprechen Morgen Gibt es dann wieder das nächste Duell Das wäre dann Ich kann grad nicht gucken Kannst du das kurz mir sagen? Ja, Sekunde Ich Schau mal rein Aber habt ihr den Stream überhaupt angekündigt bei YouTube? Nö Also mittlerweile ist es so, dass wir jeden Tag gemacht sind Also morgen müsste Daniels LP und Pinguin Soldat 2000 dran sein Okay Soweit ich mich erinnere hat Pinguin Soldat kein Skype Also du musst mich Falls du dir das Video noch anguckst Ähm Du musst mir eine E-Mail schreiben Oder gleich ein Dueling Network mit mir schreiben Das wäre ziemlich praktisch Und ähm Ja dann genau nochmal zu dem Stream Also für die Leute Der Pinguin Soldat ist sogar grad online Er ist im Watchers Chat Ja also ist ja super Okay komm mal hier die geile Exit Beschwörung Ja das geht Aber ja Pinguin Soldat Ähm Stapel Karten einfach Vielleicht hört das ja auch gerade deshalb Du bist morgen dran Und ähm Dann bedenke ich mich jetzt nochmal für alle die jetzt teilgenommen haben bisher Und für euch Also für euch beide Karnos und It's Froggen Dann It's Froggen dich sieht man in der nächsten Runde wieder Hm Und ähm Dann seh ich euch als Zuschauer wahrscheinlich morgen wieder um 18 Uhr beim Livestream Nur da weiß ich noch nicht genau wie meine Verfassung sein wird Weil ich morgen früh meine Weißersteine gezogen krieg und vielleicht red ich da ein bisschen komisch Aber Ah Der hat keine Ahnung, guter Tipp Okay egal Ja und dafür könnte ich mir ein Fernseh kaufen Ja Also ähm Das hängt jetzt auch voll nicht miteinander zusammen Aber egal Deshalb Bis morgen Haut rein Leute Viel Spaß noch Und äh Danke an alle nochmal Genau Und wir unterstützen und mitmachen auch natürlich Wir freuen uns auf die nächsten Dwelle Bis dann haut rein Ciao